Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es ein Zuhause. Ich hab mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht, wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht mir vor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit, dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich n' Scheiß. Wir sind allein. Der Kollaps verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden? Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Halt, nein! Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwindest nur Zeit. Hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh, fuck! Da ist der verrückter Schweinehund. Mein Gott! Wir sind offiziell im Peggy-Land. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun, und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal... Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun. Die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brett? Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Was denn? Whitehouse an Leitstelle, over. Äh, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir... Unglücklicherweise versuchen wir immer noch, den Marshal zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen, als die neue. Vorher hätten die Peggys Angst. Matt! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Edenskate. P-I-G. Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Oh, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshal. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, abverstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff. Ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann. Wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammen bleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden. Lucky. Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Das ist nicht richtig. Wir haben nichts Falsches getan. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen wir denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding, das hier wird euch nichts haben. Sheriff? Ja, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Oh, es geht. Ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Deine Waffe werden sie respektieren. Dann kann ich jedes Problem mit einem Kuhlosen machen. Mir gefühlt nicht, dass ich das erinnere. Wir haben sowas hier nicht sehen. Oh, Marshal. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Halzen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Das wäre auf den Abgrund zu steuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, wir lassen. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Vertraubenheit je wieder Schwarz zufügen. Sheriff, wir müssen keine Schmerzen mehr geben. Nur Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, Moment. Nehmt die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Jetzt beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme. Komm und Sie. Treten Sie vor. Und ich sah. Und Sie. Hier. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. Das ist nicht zulassen. Dann müssen Sie dann nochmal hier rassen. Marsch und geh vor. Wir lassen das nicht zu. Okay. Und jetzt nach rein. Geht's! 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 Geht's!Юn! Geht's! 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 Los, 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 los! Halt deine Knappe! Halt deine Knappe! Halt deine Knappe! Oh, I see! Die Menschen, hier ist Nancy. Ist alles okay? Over! Ist die Sani da? Ist alles okay? Bist du da, Herr? Ich bin die Halt. Bitte melden Sie sich. Sie erinnern Sie sich. Wie schlafen Sie sich. Sie sagen... Earl! Bitte melden! Over! ...a wretch... ...like... ...me... Bitte! Hört mich denn keiner? Ist da jemand? Bitte! Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Bitte! Ich muss wissen, was da los ist! Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater! Du seist gepriesen! Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die, die Boden des Untergangs, werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen auf uns hier. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen auf uns hier. Wir müssen auf uns hier. Nein! Nimm los, nicht da! Verdammt! Oh! Nein! Oh! Scheiße! Wir müssen sofort raus hier! So! Gott ist Wille! Deine Ermelstrafe! Woh, 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 woh! Hey! Can't come! Oh, woh, woh! Sie sind da drauf! Hier sind Sie!